Herzlich willkommen zu einem Video der Baum- und Rebschlussschreiber. In diesem Video möchten wir euch die fünf wichtigsten Schnittregeln, die gültig sind für alle Obstarten zeigen, damit ihr euch leichter tut beim Baumschnitt mit euren Bäumen. Viel Spaß! Es gibt einige Regeln, die gültig sind beim Schnitt von allen Obstarten. Ganz egal, ob Apfel, Zwetschge, Birne, Pfirsich, Marille. Und die wichtigste Regel beim Obstbaumschnitt, das ist sicher das Gesetz der Schnittwirkung. Was ist damit gemeint? Je stärker man einen Baum schneidet, desto stärker wächst er. Man sieht so häufig die Fehler, dass Leute Bäume kräftig zurückschneiden, mit dem Ziel, sie dadurch klein zu halten. Aber das funktioniert nicht. Je stärker man Bäume zurückschneidet, desto mehr Wachstum regt man in weiterer Folge an. Wenn man Bäume klein halten möchte, dann ist es wichtig, regelmäßig und moderat mit Gefühl zu schneiden und nicht kräftig radikal zu agieren. Ein regelmäßiger und reicher Fruchtbehang, das ist die beste Wuchsbremse. Je stärker man einen Baum schneidet, desto stärker wächst er in weiterer Folge und je mehr Wachstum der Baum hat, desto weniger fruchtbar ist er, desto weniger Blütenknospen setzt er an. Wenn man auch einen Baum nur einmal deutlich zu kräftig schneidet, kann das Folgen für mehrere Jahre haben. Denn wenn man Bäume kräftig zurückschneidet, viel oberirdisches Triebwachstum anregt, viel vegetatives Wachstum anregt, dann hat der Baum auch mehr Wurzelwachstum. Und größere, kräftigere Wurzeln, die sorgen auch dafür, dass der Baum über mehrere Jahre hinweg kräftiger wachsen kann. Die zweite ganz wichtige Regel beim Obstbaumschnitt, die ist es zwischen Anschneiden und Wegschneiden von Trieben zu unterscheiden. Was ist damit gemeint? Ich habe hier gute Beispiele für euch. Hier haben wir eine Schnittfläche vom letzten Jahr. Hier wurde im vergangenen Jahr ein Schnitt gesetzt und damals ein einjähriger Trieb kräftig zurückgeschnitten. Wie hat der Baum reagiert? Er hat gleich 1, 2, 3, 4, 5 neue Triebe gebildet. Und ganz typisch, ganz normal, aufgrund der Spitzenförderung, ist es jetzt, dass die obersten Knospen immer am stärksten austreiben. Also die obersten Knospen unter dem Schnitt machen jetzt die stärksten Triebe im kommenden Jahr. Je weiter dahinter, desto flacher und schwacher werden die Triebe und desto tendenziell fruchtbarer. Hier haben wir auch so ein sehr schönes Exemplar. Hier wurde im vergangenen Jahr kräftig zurückgeschnitten und der Baum hat sofort mit 1, 2, 3, 4, 9 kräftigen Trieben reagiert. Und auch hier waren wieder die obersten beiden die, die am stärksten und am steilsten ausgetrieben sind. Was ist jetzt hier passiert, wenn die Triebe hier eingekürzt werden? Diese kräftigen Triebe sind weniger fruchtbar, als das schwaches, flacheres Holz ist. Und man sieht auch hier, dass am Holz dahinter kaum Blütenknospen, kaum sogenannte Bouquet-Triebe, wie man sie bei der Kirsche nennt, diese Knospenbündel, angesetzt wurden. Hier ist zwar ein Rückschnitt passiert, der nicht ganz so kräftig war wie hier. Hier haben wir jetzt auch dahinter noch einige Knospen, Bouquet-Triebe, die im kommenden Jahr jetzt fruchtbar sind. Hier haben wir jetzt ein Exemplar, wo der Anschnitt im vergangenen Jahr richtig und meiner Meinung nach sehr gut gewählt wurde. Hier hatten wir nämlich einen flachen, einjährigen Trieb, der auch sehr fruchtbar war. Man sieht, dass hier hinten noch einige Bouquet-Triebe angesetzt sind. Diese Knospenbündel bei der Kirsche. Und dieser wäre, wenn er ungeschnitten belassen worden wäre, vielleicht in ein, zwei Jahren schon verkümmert, einfach abgetragen gewesen. Und ohne Rückschnitt hätten wir hier kein neues Wachstum bekommen. Hier wurde auch dieser schwach- bis mittelstarke Trieb eingekürzt und wir haben hier eine mittlere Wuchsreaktion mit einigen schönen Neuaustrieben bekommen. Wenn man einen Trieb ganz unbeschnitten belässt, dann kann das so wie hier aussehen. Dieser war auch im vergangenen Jahr hier einjährig. Das ist der einjährige Zuwachs des letzten Jahres. Dieser Teil ist mittlerweile zweijährig. Hier haben wir wieder die Bouquet-Triebe, die Knospenbündel. Hier vorne einen kurzen Neuaustrieb. Und dieser ganze Ast hier, der ist jetzt sehr, sehr fruchtbar und hat wenig neues Wachstum gehabt. Wenn man also hier im vergangenen Jahr auch angeschnitten hätte, dann hätte er wahrscheinlich, so wie hier reagiert, mit vielen kräftigen Neutrieben. Wenn man also die Fruchtbarkeit von Obstbäumen fördern möchte, dann sollte man diese unbeschnitten lassen oder nur sehr moderat mit viel Gefühl schneiden. Wenn man Wachstum fördern möchte, dann schneidet man vor allem das einjährige Holz zurück und den ganzen Baum kräftiger. Das war jetzt das Anschneiden oder Unbeschnitten belassen. Jetzt gibt es aber auch noch das Wegschneiden. Wenn man jetzt zum Beispiel hier Äste ganz herausnehmen möchte, weil sie nicht in den Kronaufbau passen, weil sie hier im Inneren steil sind und auch hier viele kräftige Triebe haben mit einem Astabgang, der hier nicht gewünscht ist, dann gehören solche Äste komplett entfernt. Wenn man hier jetzt weiter das Ganze klein halten möchte mit Rückschnitt, dann funktioniert das nicht. Solche ganzen Astpartien kann man im Wachstum nur beruhigen, indem man sie komplett herausnimmt. Ganz entscheidend ist, wenn man jetzt solche Äste ganz herausnimmt, heraus schneidet, dass man das stummelfrei auf Astring macht. Schlecht wäre es gewesen, ich zeige es jetzt symbolisch hier, wenn man so ein, zwei Zentimeter Stummel belassen hätte, denn diese Stummel, die können schlecht verheilen. Hier gibt es keine passende Wundheilung und die trocknen dann oft böse zurück. Entweder man schneidet stummelfrei auf Astring, so wie hier, oder man belässt gleich einen längeren Stummel mit zum Beispiel rund 20 Zentimeter oder ich sage immer gerne Scherenlänge. Wenn man so lange Stummel belässt, dann hat man hier an der Basis wieder neue Augen, neue Holzknospen oder auch Adventivknospen, die austreiben. Und diese neuen Triebe, die sorgen dann ebenfalls wieder hier für eine gute Wundheilung und die Triebe trocknen nicht böse zurück ins alte Holz. Das heißt, entweder ganz entfernen, stummelfrei oder lange schneiden mit einem sogenannten lebendigen Stummel. Die kurzen Stummel, vor allem an den dicken Ästen oder gar hier am Stamm, die sind absolut kontraproduktiv. Neben dem Anschneiden und Wegschneiden gibt es jetzt auch noch die Möglichkeit, Triebe abzuleiten. Und da kommen wir jetzt zum dritten ganz wichtigen Punkt. Ganz egal, welches Erziehungssystem, ob man eine Spindel, eine Hohlkrone, eine Palmette, Spaliere zieht, es geht immer darum, das Licht bestmöglich auszunutzen und möglichst viele Partien im Baum bestmöglich mit Sonnenlicht zu versorgen. Wenn man sich jetzt hier diesen Bereich anschaut, dann hat man hier wieder kräftige Triebe bekommen. Die wurden hier erneut angeschnitten, weil in dieser Anlage, in dieser Obstanlage, maschinell vorgeschnitten wurde. Hier wäre jetzt wieder mit starkem Neuaustrieb zu rechnen. Was würde dann passieren? Dieser Bereich hier würde wenig Sonnenlicht bekommen und hier wäre mit schlechterer Fruchtqualität in weiterer Folge mit Verkahlungen im Baum etc. zu rechnen. Solche Triebe kann man jetzt hier ableiten. Die stark wachsenden, steilen Triebe herausnehmen. Das flachere, nicht ganz so stark wüchsige, fruchtbare Holz. Das einfach ungeschnitten drin belassen. Hier haben wir dann schon zwei überhaupt etwas schwächere Triebe. Die kann man jetzt auch einfach ungeschnitten drin lassen. Im kommenden Jahr und auch im übernächsten Jahr sich dann über die Kirschen freuen. Oder so wie hier, wenn es hängendes Holz ist. Hängendes Holz wächst immer tendenziell schwächer als steil wachsendes Holz. Dann kann man das sogar noch einmal anschneiden, um hier für die Zukunft weiterhin Wachstum zu erhalten. Abgesehen vom schwächeren Wuchs hat hier dieses hängende Holz auch immer kleinere Früchte und eine nicht ganz so gute Fruchtqualität wie einfach ausgewogen wachsende Triebe. Zu stark mastiges Wachstum, das hat dann wieder wenig Früchte. Wenn man sich jetzt hier diesen Trieb noch einmal ansieht und ihn mit diesem vergleicht, dann sind sich diese eigentlich sehr ähnlich. Dieser Ast hier, der hat im vorigen Jahr so ausgesehen. Wenn man diesen jetzt ungeschnitten belässt, dann werden wir auch hier im kommenden Jahr viele von diesen Bouquet-Rieben erhalten. Einen sehr fruchtbaren Baum. Wenn man ihn anschneiden würde, dann würde er sehr kräftig wachsen. Als vierten wichtigen Tipp möchte ich euch mitgeben, auf die Schnittführung zu achten, damit die Wunden nach dem Schnitt auch wirklich gut verheilen. Ein bisschen haben wir es ja hier schon angesprochen mit dem Schnitt auf Astring, beziehungsweise dass die kurzen Stummeln viel schädlicher sind als das lange, sogenannte lebendige Stummel sind. Hier, bei diesem Schnitt, da habe ich jetzt abgeleitet. Hier spricht man nicht von einem Schnitt auf Astring. Hier wurde aber auch stummelfrei auf dieses schwache, flachere Holz abgeleitet. Und wenn man sich das hier ansieht, dann ist das ein sehr ähnlicher Winkel, den die Schnittwunde hat, zum Trieb, der hier verbleibt. Wichtig ist jetzt hier nicht, zum Beispiel im rechten Winkel zu schneiden, um die Schnittwunde so gering im Durchmesser zu halten wie möglich. Das höre ich nämlich auch immer wieder mal. Denn sonst hätte man hier an dieser Seite einen Stummel. Wenn der Schnitt im gleichen Winkel erfolgt, wie der Winkel ist, den der verbleibende Ast hat, dann gilt das quasi als stummelfrei abgeleitet und diese Wunden verheilen sehr gut. Ein schönes Beispiel haben wir hier. Hier wurde im Vorjahr ein Trieb herausgenommen. Im gleichen Winkel wie der verbleibende Ast ist abgeleitet. Hier sieht man keinen Gummifluss, keine Infektionen. Die Wunde ist gut am Verheilen, wird im nächsten Jahr komplett geschlossen sein. Hier wurde schon ein größerer Ast herausgenommen. Auch hier wurde abgeleitet im selben Winkel, wie der verbleibende Ast steht. Und auch hier hat sich hier außen schon Kalus gebildet. Auch diese Wunde wird sich schließen. Genauso haben wir hier ein Beispiel. Oder auch hier wurde schon vor zwei Jahren ein größerer Ast herausgenommen. Diese Wunde ist mittlerweile fast gänzlich verschlossen und schaut sehr gut aus. Überall hier sieht man keinen Gummifluss, kein Austreten von Harz. Hier gibt es keine Infektionen. Zwei Zentimeter Stummel, die würden hier böse zurücktrocknen. Und dadurch könnte man diese ganzen Astpartien hier außen verlieren. Was für eine gute Wundheilung auch immer sehr zuträglich ist, das ist einfach bei trockenem Wetter zu schneiden. Wenn diese Wunden hier passieren, bei feucht, nassem, kühlen Wetter, bei Regenwetter, dann sind das hier perfekte Infektionsbedingungen für Bakterien und viele Pilzkrankheiten. Denn die mögen dieses feucht, nasse Wetter. Und alleine ein Schnitt, bei dem es danach zwei Tage trocken bleibt, kann einen Großteil der Infektionen vorbeugen. Als letzten ganz wichtigen Tipp möchte ich euch mitgeben, unbedingt auf den Knospenbesatz, auf die Fruchtbarkeit eines Baumes zu achten, bevor man sich an den Schnitt macht. Wir haben schon gesagt, starker Schnitt regt starkes Wachstum an. Wachstum und Ertrag stehen immer in Konkurrenz. Bäume, die sehr kräftig wachsen, sind weniger fruchtbar. Das bedeutet, Bäume, die sehr fruchtbar sind und schwach im Wachstum, die darf man auch ruhig etwas kräftiger schneiden, als Bäume, die ohnehin kaum Blütenknospen haben. Bei diesen sollte man dann moderat und mit sehr viel Gefühl vorgehen. Was man an diesem Punkt auch immer wieder sieht, ist, dass falsch mit Alternanz umgegangen wird. Alternanz bedeutet das Abwechseln von Trag und Rastjahren, sprich, die Bäume haben einmal sehr viele Früchte und im kommenden Jahr kaum bis gar keinen Ertrag. Dann ist es auch oft so, dass in dem Jahr, in dem sehr viele Früchte vorhanden sind, das Obst dann klein ist, keine so hohe Qualität hat, deutlich besser ausreifen könnte, einfach geschmackvoller, gehaltvoller sein könnte, besser lagerfähig sein könnte. Viele Leute reagieren dann darauf, dass sie sagen, sie schneiden den Baum kräftiger zurück, damit er im nächsten Jahr etwas weniger Früchte hat, aber dafür eine bessere Fruchtqualität. Die Krux an der Sache ist aber die, wenn ein Baum so einen übermäßigen Ertrag hatte, setzt er fürs kommende Jahr sowieso deutlich weniger oder keine Blütenknospen, fast keine Blütenknospen an. Und eigentlich sollte gerade nach so einem übermäßigen, vollen Ertrag, betont, moderater geschnitten werden und nicht zu kräftig, auf keinen Fall radikal eingegriffen werden. Im Gegensatz dazu kann man in einem Jahr, in dem der Baum dann das Rastjahr hatte, kaum Früchte getragen hat, fürs kommende Jahr kräftiger schneiden, weil dann die Bäume oft mit besonders vielen Blütenknospen besetzt sind, besonders fruchtbar sind und dann kann man fürs kommende Jahr den Ertrag etwas reduzieren, die Fruchtqualität verbessern und die Alternanz brechen, so dass man wieder jedes Jahr gute Erträge mit einer Top-Fruchtqualität ernten kann. Wenn sich jemand nicht ganz sicher ist, hat mein Baum Blütenknospen oder ist er eigentlich gar nicht so fruchtbar, wie man denkt, wir haben schon ein Video dazu gedreht, in dem wir euch zeigen, wie man Blütenknospen von Holzknospen unterscheiden kann. Ich verlinke es euch an dieser Stelle in der Infokarte und auch in der Videobeschreibung. Und man kann auch einfach mit dem Schnitt etwas länger zuwarten. Wenn man nicht gleich im Winter schneidet, sondern den Austrieb im Frühjahr und vielleicht den Beginn der Blüte auch abwartet, dann kann jeder erkennen, ob der Baum in diesem Jahr fruchtbar ist oder nicht. Und bis zur Vollblüte kann man schneiden, ohne dass man einen deutlich spürbaren Ertragsverlust hat. Sprich, einfach etwas länger zuwarten, wenn man sich unsicher ist oder unser Video schauen und schon im Winter erkennen, hat man Blütenknospen oder ist der Baum sowieso im kommenden Jahr sehr wüchsig, weil er weniger Ertrag hat. Wer sich an die Regeln aus diesem Video hält, dem können schon keine gravierenden Fehler beim Baumschnitt mehr passieren. Und der hat sicherlich auch im Sommer viel Spaß mit den reichlichen Früchten an seinen Bäumen. In diesem Sinne viel Spaß beim Schneiden. Schöne Grüße aus der Wein- und Marillenstadt Polsdorf. Bis zum nächsten Mal. Ciao.